Hallo Leute, hier ist wieder euer Lothar Kuhne und diesmal der Ranger Akimbo Ich hör direkt ein, da ist er Ja, ich werd gleich noch ein paar Ankündigungen dazu machen Ah, also zu dem ganzen Gedingse hier Wo waren wir jetzt? Jetzt ist hier in Limits Wieder drin, also ein Deutscher Ähm, find ich natürlich sehr geil Ach, der Kollege ist immer noch da, hab ich ganz vergessen Hätte ich gar nicht mehr auf der Karte irgendwie Ah, ja Das Ding ist halt Auf Highrise ist es sehr schwer Ganz großartig was zu machen, weil die Map Ziemlich Weit ist, sag ich mal Rechts, rechts, oh Gott, ja Gott sei Dank Ähm, die Lobby hier ist immer noch ziemlich räudig Und beschissen Hat sich nicht großartig was geändert, da sind noch die Tuber hier drin All diese Sperenzchen Aber gut, ähm Muss ich wohl mit leben Beziehungsweise ihr dann mit dem Score Mach ich jetzt ein bisschen Glück hab Okay Hm Hinter mir Noch einer da Oh Gott Vorne Und hinter mir Also das betrachte ich jetzt einfach mal als Notsituation So, schauen wir Äh, Payflow wäre auch nicht verkehrt hier So, Glück gehabt Äh Vorne, links glaube ich noch einer So Äh, ja Das was ich noch ankündigen wollte Ist, dass ich die Werfer Höchstwahrscheinlich Nur Versuchen werde Also ich werde in Freefall gehen Ähm Oder vielleicht auch zwei Und dann, äh Ja sozusagen einfach so viel Unheil Äh, also versuchen so viel Unheil wie möglich anzurichten Das werde ich mit den Werfern machen Also Sampa eventuell Äh, RPG AT4 Wozu man natürlich sagen muss, dass Äh, ich damit keine Munition großartig zur Verfügung habe Weswegen ein Sieg damit ausgeschlossen ist Oder so gut wie ausgeschlossen ist Ich hoffe, das ist jetzt aber nicht so wichtig Also Wie gesagt, so viel Unheil wie möglich Versuchen damit anzurichten Und als letztes Hatte ich auf Facebook auch gepostet Äh, wird es die Wird es das Einsatzschild noch geben Ähm Das wird auch sehr hart Damit irgendwas hinzubekommen Aber ich werde es natürlich trotzdem versuchen Schade Ah Ja und Ich weiß nicht Das, äh, Einsatzschild werde ich Wie gesagt Vermutlich, äh RPG oder so spielen Ich weiß nicht genau wie ich das mache Javelin werde ich natürlich auf gar keinen Fall auch nur versuchen Weil das einfach keinen Sinn hat Ich habe einen Schuss damit Ich muss, äh Jedes Mal nach meinem Schuss nachvollziehen Das ist unmöglich damit ein Spiel zu gewinnen Lege ich mich jetzt einfach mal fest Ähm Ich weiß nicht Vielleicht hat es auch wirklich schon ein Army geschafft Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen Wenn es nicht, äh Nicht einfach so Also nicht ohne Hilfe Sag ich mal Das ist noch einer Ja Das ist ja gut gelaufen eigentlich Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet Muss ich ganz ehrlich sagen Hier vorne rechts im Exitster So Vorne links Nee, okay Shit Ja, den hätte ich auch noch gehabt Aber okay Joa, 30-4 Ranger Akimbo Geht doch ganz gut klar Denke ich Ähm Nächstes wird dann die M4 kommen Und dann die Model Das wird auch nochmal sehr interessant Ich hoffe das Game bleibt euch gefallen Und ich hoffe ihr seid damit so einverstanden Wie ich die Werfer geplant habe Ähm Ja, haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal Di� Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.